So, schönen guten Morgen, Wochenmitte. Die amerikanischen Märkte haben gestern einen Stabilisierungsversuch gestartet, der zumindest mal ein wenig in Teilen funktioniert hat, was Tech betrifft zumindest, wie sich das Ganze heute Morgen in Frankfurt darstellt. Darüber spreche ich jetzt mit Johanna Kremer. Dir einen schönen guten Morgen. Tja, der DAX unter die 12.000-Punkte-Marke gerutscht, aber die Vorgaben gar nicht so schlecht. Und auch heute Morgen natürlich gute Nachrichten aus Deutschland. Das stimmt natürlich, aber bevor ich jetzt das Bild von dir gesehen habe, habe ich noch ein genüssliches Schlürfen aus der Kaffeetasse vernommen. Lieber Martin, vielleicht nimmst du noch einen großen Schluck, denn du hast recht, die Marke von 12.000 Punkten wird fallen, wenn es auch nichtsdestotrotz die ein oder andere positive Nachricht gibt. Aber die Stimmung insgesamt bleibt tatsächlich mies, was die Anleger hier am Parkett angeht. Das heißt, wir haben ja schon seit diesem Zwischenhoch nach der Aufholjagd mindestens 10 Prozent verloren beim Deutschen Leitindex. Du hast recht, die Vorgaben sind jetzt gar nicht mal so dramatisch. Wir hatten gerade in Japan den Nikkei mit einem Minus von 0,3 Prozent aus dem Handel verabschiedet. Hang Seng und Shanghai Composite teilweise leicht im positiven Bereich, aber an der Wall Street. Da lief es gestern auch so gar nicht, denn wir haben gesehen, dass die weiter steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie und natürlich auch die Unsicherheit der immer näher rückenden US-Präsidentschaftswahl die Anleger verunsichert. Der Dow verlor gestern 0,8 Prozent. Immerhin gab es eine Stabilisierung bei der Nasdaq. Aber gestern bei uns ging es auch schon mal ordentlich nach unten. Und die miese Stimmung, die bleibt wohl auch heute erhalten. Aber, und jetzt zu den positiven Nachrichten, die du schon angesprochen hast, es gibt eine wahre Flut an Unternehmenszahlen aus dem DAX. Und einige haben schon ihre Bücher zum dritten Quartal geöffnet. Wir haben beispielsweise positive Aspekte gesehen von der Deutschen Bank, überraschend positive Aspekte. BASF hat auch Zahlen geliefert und Delivery Hero hat mehr zum Umsatz im dritten Quartal preisgegeben. Auch hier positive Überraschungen. Das wird den DAX allerdings jetzt nicht in Kaffeelaune heben, denke ich. Es wird ihn vielleicht nicht in Kaffeelaune heben, aber vielleicht über den Tag gesehen, dass wir trotzdem noch ein bisschen da Momentum aufbauen. Ja, schönen Dank. Schönen Tag nach Frankfurt. Ich trinke dann gleich mal einen guten Kaffee weiter. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Mal zu dem, was wir gerade angesprochen hatten. Ich hatte ja gesagt, es gab Erholungsbemühungen, die teilweise durchaus funktioniert haben. Vor allen Dingen im Tech-Sektor. Da ging es durchaus etwas stärker nach oben. Während dem im Dow das minus 0,8 Prozent, S&P 500, das minus 0,3 Prozent. Das ist überschaubar. Und der Markt weiß momentan eben damit nicht richtig etwas anzufangen. Asien haben wir jetzt auch mit dabei. Und dann schauen wir uns mal die ersten Charts an. Denn es gab Nachrichten. Wir befinden uns mitten in der Quartalssaison, die diese Woche richtig kräftig Fahrt aufnimmt. Wir hatten gestern Microsoft-Nachhandelsende an der Wall Street. Da kamen die Zahlen und sie waren, wie erwartet, sehr gut, vor allen Dingen, was das Geschäft mit der Cloud betrifft. Jetzt schauen wir uns mal den kurzfristigen Chart an. Bisher ist regulärer Handel, also Präsenzhandel in New York gewesen. Und das ist das nachbörsliche Geschäft, das wir hier gerade sehen. Und dann ging es nach unten. Das sehen wir. Dann kamen die Zahlen raus und dann ging es etwas nach unten. Aber der Druck nicht allzu hoch. Was ist passiert gewesen? Microsoft hat zwar für sein erstes Quartal im Geschäftsjahr 2021 sehr gute Zahlen gemeldet, aber eben einen verhaltenen Ausblick gegeben. Was ist passiert? Insgesamt der Umsatz im ersten Quartal um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Auf dem Niveau ist das wirklich ein beeindruckender Wert. Insgesamt wurden 37 Milliarden Dollar erlöst. Die wichtigere Zahl ist das, was bei Microsoft unterm Strich rauskommt. Und das, da muss man sich da mal ganz kurz hinsetzen, ist nach Steuern 13,9 Milliarden Dollar gewesen. Also die machen 37 Milliarden Dollar Umsatz und ziehen fast 14 Milliarden Dollar Gewinn aus der ganzen Veranstaltung. Weshalb? Weil sie hochmaßige Geschäftsbereiche haben. Und einer dieser hochmaßigen, sehr gewinnträchtigen Geschäftsbereiche ist das Cloud-Geschäft. Das ist sehr gut gelaufen. Azure hat 48 Prozent im ersten Quartal zulegen können, nach einem Plus von 47 Prozent im Vorquartal. Und auch da sehen weiterhin eigentlich die Rahmenbedingungen sehr gut aus. Wenn man sich jetzt auf Corona, also wenn man sich auf das Jahr 2020 konzentriert und sagt, okay, wir haben ja neue Gegebenheiten mit der Pandemie, auch da gab es durchaus Verschiebungen. Und das findet man auch bei Microsoft. Klar, sie haben in der Cloud insgesamt natürlich gut performt. Online Games, das will gespeichert werden. Die ganzen Office-Geschichten wollen gespeichert werden. Das treibt auf der einen Seite die Cloud-Umsätze auf der anderen Seite. Wir haben im Videokonferenzsystem bei Teams, haben wir deutliche Zuwächse gesehen. Und zwar gegenüber dem April. Wir sind jetzt im Oktober, also Ende Oktober. Und gegenüber April hat sich die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Teams von 75 auf 115 Millionen nach oben geschraubt. Also, sollte es wieder mal zu einem Einbruch kommen, der wird irgendwann stattfinden an der Börse. Ich glaube, mit Microsoft im Depot ist man da gar nicht so schlecht beraten, auch wenn es dann kurz mal ruppelt. Aber insgesamt ist die Aktie wirklich top. Ob wir jetzt hier innerhalb der nächsten Tage, Wochen aus dieser Seitwärtsbewegung uns rausarbeiten können. Wir werden es am Ende sehen. Die Zahlen auf jeden Fall für das erste Quartal, das muss man so sagen, die sind wirklich sehr gut ausgefallen. Alibaba, ja, gestern gut gelaufen. Der bevorstehende Börsengang der Endgroup. 315 Milliarden könnte der Laden oder wird der Laden zum jetzigen Zeitpunkt wert sein. Wenn dann das IPO Anfang November zunächst mal in Hongkong und später dann auch in Shanghai stattfindet. Da kann man ganz viele Superlative zusammenfassen. Der größte Börsengang aller Zeiten macht natürlich auch dann Jack Ma, der das ja mitbegründet hat, letztendlich zu einem der reichsten Asiaten. Wenn nicht sogar zum reichsten Asiaten. Dann kommt natürlich dazu, dass Alibaba mit einem Drittel daran beteiligt ist. Also das Ganze ist momentan das, was den Kurs so ein bisschen treibt. Und man darf eins nicht vergessen. Jetzt haben wir Ende Oktober. Am 11.11. gibt es dann den Singles Day. Also das Äquivalent in Asien, in China zum Prime Day. Also letztendlich das, was Amazon hier abzieht. Aber auf einer ganz anderen Umsatzbasis. Also das ist dann schon Champions League. Und das ist momentan das, was so den Kurs nach oben treibt. Vielleicht auch die Hoffnung, das ist meine Idee, dass Joe Biden Donald Trump als US-Präsident ablösen wird. Hier haben wir jetzt Tencent heute Morgen in Hongkong. Und da ging es nach oben. Es ging auf einen Rekord hoch. Das, was wir eigentlich schon ein bisschen seit einigen Wochen gehofft haben, dass wir aus dieser Seitwärtsbewegung mal rauskommen. Tencent stand ja in den Schlagzeilen, stand im Fokus der Anleger, weil sich Donald Trump auf das Unternehmen eingeschossen hatte, beziehungsweise auf Tochterunternehmen. Nämlich WeChat, die soziale Plattform und Tencent Pay. Und letztendlich auf den Konzernen. Es ging ja dann auch um TikTok am Ende. Das hat jetzt nichts mit Tencent zu tun. Aber insgesamt, das hat er gezeigt, er war auf Krawall gebürstet, was chinesische Unternehmen in Amerika betrifft. Und er wollte es am liebsten verbieten. Und jetzt hat ein Richter gesagt, also es wurde ja zuerst mal gesagt, naja, also so schnell lassen sich diese Plattformen jetzt in den USA auch nicht verbieten, weil es geht ja auch um Meinungsfreiheit, ein hohes Gut. Und da kann ich einfach der Präsident sagen, ja, nationale Sicherheit, wir bremsen das jetzt aus. Und jetzt hat ein Berufungsrichter dieser grundsätzlichen Einschätzung zugestimmt. Also ein weiterer Schlag gegen die Administration in Washington und davon profitiert die Aktie. Und deshalb geht es hier nach oben. Und schauen wir uns das Ganze langfristig mal an oder längerfristig mal an. Dann sehen wir, wir hatten ja bei Tencent diese Bewegung immer wieder hoch, runter, schön oben an diese Linie drangestoßen, nachdem sie einmal definiert wurden war als Widerstand und so. Und jetzt geht es hier mit Krawall aus der ganzen Geschichte raus. Und heute Morgen ein neues Rekordhoch. Der Bitcoin, der ist von seinem Rekordhoch natürlich noch ein wenig entfernt, aber es geht jetzt zügig in Richtung 14.000 Dollar Marke. Das ist das Momentum, das wir in den vergangenen Tagen beobachten konnten. Und heute Morgen dann die guten Zahlen von, die überraschend guten Zahlen von der Deutschen Bank. Im Renten- und Devisenhandel läuft es offensichtlich sehr viel besser als erwartet. Der Zuwachs hier 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erwartet worden war ein Zuwachs von 19 Prozent. Also da sehen Sie, auch die Deutsche Bank vermag noch positiv zu überraschen. 5,9 Milliarden Euro Umsatz wurden erzielt und das Ergebnis netto 309 Millionen. Und da muss man sich tatsächlich mal die Setzungen anschauen, wie weiter das, was die Analysten gedacht hatten und die Wirklichkeit auseinanderliegen. Es war nämlich insgesamt von einem Nettogewinn von 12 Millionen ausgegangen worden. Und jetzt haben wir also, wie gesagt, einen Wert von über 300 Millionen. Dürfte die Aktie also sicherlich ein bisschen anschieben. Schauen wir uns das Ganze längerfristig an, dann sehen wir, tja, wer seit drei Jahren jetzt beispielsweise bei der Deutschen Bank investiert ist, der kann natürlich sagen, okay, es läuft jetzt etwas besser, aber so richtig Freude will sich da noch nicht einstellen. Auch wenn man natürlich sagen muss, okay, das hier ist sicherlich, dieser Einbruch im Frühjahr ist sicherlich nicht der Deutschen Bank geschuldet, sondern ganz einfach den Umständen. Aber das Unternehmen, beziehungsweise die Aktie des Unternehmens hat seither Probleme, sich hier aus diesem Bereich dann auch mal vielleicht ein bisschen stärker nach oben zu bewegen. Strukturelle Probleme, die erst noch in den Griff zu bekommen sind. SAP, da gab es die, kann aus meiner Sicht weiterhin gar nicht so schlechten Quartal zahlen, aber der Markt sieht das momentan ganz einfach anders. Es kam dann natürlich noch der Verkaufsdruck insgesamt dazu, also wurde die Aktie ordentlich herangenommen. Jetzt gestern hat sich der große Konkurrent, also der Chef des großen Konkurrenten Salesforce zu Wort gemeldet und sagt, hey, wenn ihr jetzt sagt, dass das Cloud-Geschäft letztendlich schwächer gelaufen ist, weil die Marktbedingungen auch schlechter sind, dem widerspreche ich mal, weil es läuft eigentlich sehr ordentlich. Und er macht tatsächlich den ruppelnden Übergang in der Chefetage von SAP dafür verantwortlich. Und er sagt, das hat sich abgezeichnet in der Branche und das ist das, was wir beobachtet haben. Es ist also wirklich, es hat nichts mit der Branche zu tun, sondern es hat alleine mit dem Management von SAP und hier diesem etwas holprigen Übergang zu einem neuen Management-Team in den Top-Etagen zu tun. Also hier gab es noch einen kleinen Nachtreter, eigentlich recht überraschend, weil normalerweise findet man das nicht, dass sich dann die Konzernchefs gegenseitig noch gegen das Knie treten, wenn es gerade nicht so gut gelaufen ist. Aber die Zeiten haben sich vielleicht auch einfach ein wenig geändert. Für Morphosis haben sich auch die Zeiten geändert, sie laufen nämlich gut. Also, was da an Kooperationsgeldern reinkommt in das Unternehmen und an Tantiemen, unter anderem für die Krebsmedikamente, Schuppenflechtenmedikamente, das treibt momentan die Umsätze nach oben und hat Morphosis dazu veranlasst, jetzt mal den Ausblick für das Gesamtjahr anzuheben. Und zwar rechnet man jetzt mit Erlösen von 317 bis 327 Millionen Euro. Vorher war das 280 bis 290 Millionen. Und man rechnet vor allen Dingen auf jeden Fall mit einem positiven EBIT von 10 bis 20 Millionen Euro. Auch hier vorher ein deutlich niedrigerer Wert, der am unteren Ende sogar ein Minus von bis zu 15 Millionen vorgesehen hatte. Rocket Internet, tja, die werden dann verschwinden. Das kommt ja zum D-Listing, weil das Management jetzt keine gute Idee mehr hat, was es eigentlich mit dem Geld anfangen kann. Die offizielle Begründung lautet, man will sich ein wenig, also man will sich vom Kapitalmarkt zurückziehen, um langfristige Entwicklungen, langfristige Chancen, die sich bieten, nutzen zu können. Und nicht immer in diesem Kurz-Kurz des Kapitalmarktes, nämlich jedes Quartal, jedes halbe Jahr, dann hier wieder unter die Lupe genommen zu werden. Tja, da denke ich mir, Moment, die sind 2014 an die Börse gekommen. Das wusste man doch vorher. Also es ist ja jetzt keine ganz neue Erkenntnis, dass man dann unter dem Druck der Anleger, man hat ja die Anlegergelder auch eingesammelt, dass man unter diesem Druck jetzt so offensichtlich so schlecht wirtschaften kann, dass man dann zu der Erkenntnis kommt, dann müssen wir das Unternehmen von der Börse nehmen. Und das eigentlich Ärgerliche an der Geschichte ist, der Börsengang hat ja stattgefunden zu Kursen über 40 Euro. Und jetzt schauen Sie, runtergenommen wird sie hier irgendwie, ich weiß nicht, das Angebot, ich habe es mir aufgeschrieben, liegt bei 1857. Also, dass da Anleger verärgert sind, die vielleicht dem Unternehmen auch über all die Jahre die Treue gehalten haben, das kann ich dann absolut nachvollziehen. Auf jeden Fall sollte man sich das vorher überlegen, wenn man an die Börse geht. Gut, sei es drum. Mal schauen, was die Anleger heute noch draus machen. Ich finde die Vorgaben jetzt gar nicht so schlecht, aber der Druck insgesamt mit den Neuinfektionszahlen ist natürlich relativ groß. Wir haben viele Baustellen, beispielsweise das Hilfspaket in den USA, die bevorstehende Wahl. Ja, ist alles richtig. Auf der anderen Seite, wir sehen, die Unternehmen können, bestimmte Unternehmen können auch in diesem Umfeld wachsen. Das haben wir jetzt mit Microsoft gesehen. Am Donnerstag gibt es noch jede Menge weiterer frischer Quartalszahlen. Mal schauen, ob dann nicht irgendwann sich trotzdem ein wenig positive Stimmung durchsetzen will. Bis dahin, wir sehen uns am Nachmittag dann mit der US-Börse. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss. Bis dahin, gute Zeit.